Und wir haben etwas ganz Besonderes. Wir sind hier nicht alleine, wie man sieht. 25.000 Menschen auf der Straße und jetzt auf der Bühne. Partner aus ganz Europa, die uns unterstützen von ARK 2020. Das ist der Zusammenschluss von all denen in ganz Europa, die nicht einverstanden sind mit der Agrarpolitik. Und wir werden sie Ihnen alle ganz kurz vorstellen. Aus vielen verschiedenen Ländern sind unsere Gäste hier. Hallo, ich bin Geneviève Savigny, agricultrice in France. Ich bin französisch, Mitglied von VIA Campesina, Europäer. Hallo, ich bin Michel Dupont, assistant parlementaire von Josebo V. und representant den Gruppe Vert. L'agriculture industrielle, wir haben viele. Wir bedanken Sie für Ihre wunderbare Dämonstration. Wir werden bis zum nächsten Juli, in der Vagare, für die Reform der Politik der Agrarpolitik. Es gibt viele andere Manifestationen, wie diese in Europa. Vielen Dank für Sie. L'agriculture industrielle, wir haben viele. Das war der Assistent, der Mitarbeiter von Josebo V., der in Brüssel heute Wichtiges zu tun hat, sonst hier gewesen wäre. Und er unterstützt diese großartige Demonstration. Ich mach mal hier weiter, noch einmal nach Rumänien. Hi, hi, I'm Otila from Romania. I just want to have a message to you all. This Viniciusster is our rider, he's like a peasant from Romania. We want him, we want him to bring us our food. And I just have a message to our representatives from the EU Parliament. We need this agriculture. This is the agriculture which we want. Applaus! Okay, ich kann einleiten. Ah, geht schon weiter. Hallo, ich bin Alina aus Rumänien. Ich bin hier, um zu bestätigen, dass Rumänien es auch saat hat. Danke schön. Okay, come on. Hallo, Alain Bastien von Franzosisch. Danke schön. And I came with Slow Food Youth Network. And yesterday, yes, we schnippered one ton of vegetable for the big soup made of wasted vegetables. So, danke schön. It's very inspiring. And I want, wir haben saat in France. Umar Maser. He's so good, you guys. Hi, I'm an organic farmer from Bulgaria. In Bulgaria, 2% of the farmers work 85% of the land. The big money coming from Europe go to this small part of Bulgarian farmers. This is the way Bulgarian village is disappearing. So, we are now addressing to you to help us to get fair common agricultural policy. Where the farms and farmers and villages in Central and Eastern Europe survive. We need, with the help of European Parliament, get the capping of the common agricultural policy. We want, as a part of ICOAM, we need to have 50% devoted to the rural development program, not to the pillar one. We are now very enthusiastic from what we see here in Germany. And we will bring it to Bulgaria. And I think this enthusiasm will go to our village villages and with your help, we will try and do our best to survive. Hi, I'm Ivo from Bulgaria, working for NGOs of Zenyatav, member of Friends of Europe. We fight against GMOs, we fight against land grabbing, we fight against chemical in our food. And I'm glad to see here thousands of people fighting together with us about it. Hello, I'm Dionne from Amsterdam, Netherlands. We are from the youth food movement in Amsterdam. And we think the food system must change. Vote with your fork! Hi, I'm Dionne from the Slow Food Youth Network, from Amsterdam as well. And, yeah, the food problem is not a national problem, it's international. So, food is rock! Hi, I'm Raëne van Doorn, also from Holland, from Wageningen Youth Food Movement. And I'm here to learn from you all, and discover this with people that already are so long in the business, and new people, and just sharing the love of food. Hi, I'm Lumi from Romania, and I'm here because we in Romania, we had enough. Thank you. I'm an organic farmer from Wales, from the UK. Today, you have definitely empowered me to see the feeling you have of food and farming. I want us to all together create a GM-free Europe. Thank you. I'm a farmer from Kenya. I'm representing farmers' movement. I'm here to feel with you, and I'm encouraged because we are millions of small-scale farmers in Africa producing food. Ecologically friendly food, not industrial food. You are encouraging me, and I encourage you. Thank you. Wow. Also, here you can see, the movement for a new country is worldwide, is worldwide. And that it's a beginning, that will continue in the whole world. Thank you so much for being here. Thank you for being here. Thank you for being here. Let me hear you. Wir sterben, wir haben Satt! Kämpfisch, Hühner, wir haben Satt! Farmer, Futter, wir haben Satt! Kinder kann mehr essen, wir haben Satt! Arten, sterben, wir haben Satt! Ringwald, Soja, wir haben Satt! Mit Essen, Socken, wir haben Satt! Genau, wir haben Satt! Und das muss ihr seien hören, Angela Merkel und andere Regierungschefs, all the government ministers in the world. Especially in Europe, we need to know the common and cultural policy. Is that right? Yeah! Is that right? Yeah! So, Dankeschön an euch! Können wir wieder runter gehen? Genau! Jetzt geht es hier ums weiter! Wir haben noch Zeit nach oben bleiben! Ah, oben bleiben! Entschuldigung, alle nach oben bleiben! Stay, stay, stay! Genau, also, Tanja, es geht ja noch weiter heute, ne? Ja, wir haben das Orga-Team jetzt in Bühnen-Nähe, nämlich die Leute, denen wir und ihr alle verdanken, dass hier heute so gut passiert ist. Jochen Fritz und Georg Jansen, ganz bescheiden im Hintergrund, bitte nach vorne! Und ein Applaus für alle, die zu fahren! Einen Applaus, ey! Dankeschön! Und wie wäre das nicht möglich gewesen hier? Und ohne euch! Zum großen Finale! Wie viele Leute? Ihr habt gesagt, ihr wollt zählen. Wie viele Menschen habt ihr gezählt? Wir haben 25.000 Menschen gezählt! Und wir werden weitermachen! Dankeschön! Ich bin einfach beeindruckt! Wir haben vier Monate lang darauf hingearbeitet und wenn du da mit deinen drei, vier Leuten im Büro sitzt, du pipperst jeden Tag! Und wir werden einfach weitermachen! Und ich weiß nicht, ob ihr es alle wisst, dieses Jahr sind Bayern Wahlen und in Bayern ist unsere Landwirtschaftsministerin und mich treibt es wirklich richtig um, im Sommer nach München zu fahren! Wird denn da irgendjemand mitkommen? auch morgen wird schon in Niedersachsen entschieden! Und ich glaube, wir haben ein deutliches Zeichen gesetzt! Wird Bauern, Bienen, Pöger, Tiere gewählt? Ich werde nicht gewählt! Dankeschön! Ein Dankeschön! Ein Dankeschön an alle, die heute hier verordnen, und gesagt haben uns verordnen! Es war nicht einfach mit den Traktoren, hier durch die Stadt zu kommen! Ein Dank an die Spendensammler, die heute für uns geholfen haben, dass das hier finanzierbar ist! Und ein großes Dank an mein Team und an unser Team. Regine, Dieres, Astrid, zeigt euch doch mal. Reagianzu! Philipp Prendle, es fehlt noch Harry Hoffmann, Christiane, ihr seid super. Und wir machen einfach weiter. Ich habe da auch nichts mehr zu sagen. Ich habe noch ein Dankeschön an die bäuerliche Erzeugergemeinschaft, die uns jedes Jahr diese Bühne zahlt, die uns diese Musiker zahlt. Und deswegen mit bei der Musik. Und keiner muss nach Hause gehen. Es gibt noch Suppe und es gibt noch Talk in der Heinrich-Böll-Stiftung. Die geht einfach hier lang nach hinten. Und heute Abend gibt es noch das Konzert von Mellermark. Und wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Wahnsinn! Wir auch! Ein Dankeschön an all unsere Unterstützer, an all unsere Träger. Es sind 35 Stück. An alle, die hier heute hierher gekommen sind. An die Trachterfahrer. Ihr habt heute noch mal 15 Stunden ins Wendland. Sie kamen aus Hessen, aus Schleswig-Holstein. Ihr seid wahnsinnig! Tschüss! Wir sehen uns! Ciao, Jaffel! Dankeschön! Genau!